Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Pallia. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja so ein kleines Problemchen mit dem Server. Aber ich habe mich da nochmal ausgeloggt und komplett neu eingeloggt und jetzt scheint es zumindest bisher wieder zu funktionieren. Wieso muss ich jetzt hier schon wieder bewässern, obwohl die alle gleichzeitig da reingemacht wurden? Das muss ich jetzt nicht verstehen. Aber wir können jetzt endlich, endlich unsere Zwiebel hier ernten. Ich ernte jetzt einfach mal alles und verkaufe das alles. So, ich möchte aber auch gerne ein neuer haben. Dafür brauche ich natürlich dann auch wieder Geld. Ich weiß, ich weiß. Ah, dann gucken wir mal. Die Sachen sind noch drin. Das ist auch alles, glaube ich, was ich reingetan habe, wenn ich das richtig sehe. So, Zwiebel. Ich hoffe, er will jetzt gerade keine Zwiebel haben. Das können wir alles so lassen. Ah, Moment, was war das? Nee, das war der Schwanz. Aber brauche ich den? Eigentlich ist das nur zum Verkaufen, denke ich mal, oder? Ich denke nicht. Das Geweih auch. Die verkaufe ich auf jeden Fall auch mal. Knoblauch. Ja, es ist halt ein bisschen blöd, ne? Weil man die Sachen halt auch benutzen kann, um sich hoch zu pushen. Also hier oben wegen den Erfahrungspunkten. Aber so richtig viel, habe ich festgestellt, bringt das auch nicht. Das ist der Pelz. Den werde ich auf jeden Fall aufbewahren. Und wir haben dann hier auf jeden Fall noch Fell. Das Problem ist, können wir mit dem Fell irgendwas machen? Weil ich wüsste nicht wo, ne? So, da werden wir jetzt 614 von bekommen. Da gehen wir erst mal raus. Dann, schauen wir mal. Das tue ich erst mal rein. Die Kiste kann ich auch erst mal reintun. Die kann man... Ach so, die kann man aber doch... Moment. Die kann man jetzt zum Beispiel dekorativ in sein Haus reinstellen. Die kann man aber leider nicht benutzen. Das ist das Blöde da dran. Ach, das ist so eine Uraltkiste. Okay. Die ist halt nur so dekorativ, ne? Wollte ich euch nur mal gezeigt haben. So, das ist klar. Was mit den Rauchbomben ist, weiß ich nicht. Also warum ich da jetzt so bessere Rauchbomben habe? Ich habe keine Ahnung. So, mal gucken, ob wir jetzt noch in die Stadt reinkommen. Ja, wir kamen rein. Und nein, wir brauchten eigentlich gar nicht in die Stadt. Weil wir hier mal eben noch was holen wollten. Ich bin ja auch so doof. Ähm, wir... Warum haben wir hier einen Haken? Um zu erfahren, was sie wollen. Ach so, aber das sind die Wochenwünsche. Wieso haben wir hier einen Haken? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ähm, wir wollten Lehm, glaube ich, ne? Lehm und wie hießen diese... Waren das Ziegel oder was wollte der haben? Steinziegel, genau. Einmal Lehm, einmal Steinziegel. So, dann... Das sind die Steinziegel. Wege einen Gegenstand. Ah, okay. Okay. So kann man die einzeln machen. Und ist das Lehm? Das ist Lehm. Ich habe nur einmal Lehm da. Okay. Ja gut. Jetzt müssen wir aber trotzdem in die Stadt. Nur mit den Sachen. Okay. So. Perfekt. Also. Erstmal gucken. Sind die überhaupt da, wo sie sein sollen? Und warum hat der hier eigentlich einen Haken dran? Ich würde sagen, da gucken wir mal als erstes nach. Weil ich habe nämlich keinen... Die Geschenke, das war der andere. Ich habe ja sonst gar nichts gemacht, was ich da... Machen könnte, irgendwie. So. 200. Wo ist der denn? Ein Berg hoch, oder? Ich halte auch immer noch zwischendurch Ausschau nach Gebäuden, wo wir hochklettern können. Aber ich finde es gerade echt nicht. 81. Der läuft auf dieser Seite rum. Dann würde ich sagen... Oh, was war das denn gerade? Ein Raupe. Da müssen wir gleich nochmal gucken, falls die da noch da ist. Was ist mit dir? Hey, hey. Ach so. Der war das mit den... Ach, ich verstehe. Ja, ich habe etwas angebaut. Nun, ich werde... Nun, ich werde es sein. Hä? Die sehen mächtig lecker aus. Nimm das. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was du als nächstes anbauen wirst. Ha. Weizensamen. Okay. Ha. Das hat dieses Mal viel besser funktioniert. Mit dem Nichtsehen. Ja, ja. Ist okay. Ich habe in letzter Zeit so einen Jepa nach einer Ofenkartoffel. Dann hätte sie mir vielleicht mal Samen für Kartoffeln geben sollen. Leider musste ich diese Woche die meisten meiner Kartoffeln verkaufen. Außerdem habe ich noch ein paar verloren, als ich Jongli angeübt habe. Okay. Hey, dein Haus sieht ja richtig schick aus. Wenn du Deko-Tipps brauchst, frag Delilah. Sie weiß wirklich, wie man einem Haus das Gefühl gibt, zu Hause zu sein. Einem Haus das Gefühl gibt, zu Hause zu sein. Okay. Sonst hat er keine Probleme. Ähm, hier kann ich aber nur chatten. So, Moment. Jetzt muss ich mal hingucken. Wo bin ich denn jetzt gerade? Beziehungsweise, wo sind die anderen gerade? Das wäre jetzt viel wichtiger. Ähm... Wo ist denn jetzt seine Frau hin und alles? Hä? Sind die jetzt verschwunden? Das ist diese Luisa. Sind die jetzt auf der anderen Karte, oder was? Weil die wohnen doch hier. Warum sollten die denn auf der anderen Karte rumlaufen? Sie sind verschwunden und keiner weiß, warum und wohin. Oh mein Gott. Ach so, Moment. Ich muss mir mal eben eine Markierung machen auf denen, würde ich sagen. Äh, weil ich ja auch immer noch Stoff haben muss. Ach so. Die Raupe. Die Raupe. Ist die noch da? Die war hier irgendwo, ne? Ich sehe sie auf jeden Fall gerade nicht mehr. Was kann ich für dich tun? Hoffentlich genießt du das Leben im Tal. Ich bin froh, dass ich jetzt in der Nachtschicht arbeite. Als ich in der Tagesschicht gearbeitet habe, hatte ich nie genug Zeit, mal rauszugehen und die Sonne zu genießen. Die Möglichkeit, die Natur zu genießen, war einer der Gründe, weshalb ich überhaupt ins Valley gezogen bin. Außerdem bevorzugt Rev, die Nächte frei zu haben. Okay. Gehen wir mal kurz in den Store. Der hat hier jetzt nur die... Ähm... Es geht hier alles nur ums Holz. Was ist denn das hier? Kann man dann bei ihm kaufen oder was? Das ist ja cool. Aber hier geht auf jeden Fall alles nur ums Holz. Das wollte ich zur Sicherheit auch nochmal nachgucken. Die Frage ist jetzt, wo kriege ich dann den Rest? Also wegen dem Stoff wollte ich... Nein! Nein, die NPCs triggern die auch. Willst du mich denn? Boah, ey. Ja, aber der Wurm, also hier dieser... Das Vieh hier... Ist auf jeden Fall leider weg. Schade, schade, schade. Na gut. Ähm... Wir wollen zum Schneider, weil ich brauche ja auch einmal Stoff noch für dieses eine. Ich weiß nicht, wo ich Leder herkriegen soll. Das ist das Problem. Ja, dafür... Was braucht man da? 500, ne? Äh... Dafür haben wir noch nicht genug. Hier ist der Typ mit dem Stoff drin. Die Kunst kennt keine Pausen, aber vielleicht liefert mir eine Unterhaltung mit dir die Inspiration, die ich gerade so dringend brauche. Gutes Timing. Ich habe neulich neue Seidenstoffe aus der Provinz Akwindu reinbekommen. Die werden Wunder für deinen Term bewirken. Ich will keine Seidenstoffe, ich will normalen Stoff haben. Äh... Das ist kein normaler Stoff. Das sind doch nicht mal normale Klamotten. Okay. Ja, sieht extremst teuer aus. Ähm... Und ist stilmäßig jetzt auch nicht gerade schön. Äh... Kann man denn hier keinen normalen Stoff kaufen? Also fürs Spiel halt? Ich meine, hallo, der handelt hier mit Stoff. Wieso kann ich denn... Mit dem kann ich nur chatten. Ich gehe mal eben nach oben. Vielleicht finde ich da ja noch irgendwas. Obwohl, da ist nur ein Balkon oder sowas. Jail's Room. Okay, da darf ich nicht rein. Ja, das ist doch doof. Äh, Moment. Wieso hat der jetzt... Falls du nach einer neuen Garderobe suchst, bist du hier an der richtigen Stelle. Ich habe mir die Garderobe und den Laden angesehen. Ach so. Und war das nicht eine spektakuläre Erfahrung? Man kann ein einziges Markenoutfit haben oder eins für jede flüchtige Stimmung. Wenn Sie in Zukunft Lust auf etwas Neues haben, öffnen Sie einfach Ihren Kleiderschrank oder kehren Sie in meinen Laden zurück. Neue Kleidung wird postwendend dorthin geliefert, wo du bist. Oh, das Treffen mit Ihnen hat mich sehr inspiriert. Ich muss dir einfach ein Zeichen meiner Wertschätzung geben. Rufen Sie mich an, wenn Sie das Auge eines Künstlerkollegen brauchen. Ta-ta. Künstlerkollegen, na gut. Ähm, wenn er meint, ich bin Künstler, alles ist gut. Äh, der hat quasi Gemischtwarenladen. So, jetzt ist die Frage. Hier sind Möbel. Da könnten wir aber auch nochmal kurz gucken. Waren wir da schon mal drin? Ähm, zack. Tut mir leid, dass ich dich nicht gesehen habe. Ich war in Gedanken versunken, wie ich mein Foyer umdekorieren kann. Könntest du mir... Nein! Könntest du mir etwas Leben mitbringen, wenn du zur Bahari-Bucht gehen solltest? Ich töpfere nämlich gerne gerade etwas. Wenn du echt beeindrucken willst, würde ich dir empfehlen, dein Haus tiptop herzurichten. Ich schwöre es dir. Diese Frau hat den Sinn für Opulenz einer Grimalkin. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, aber ich möchte, dass es schon immer eher gemütlich... Aber ich möchte... Mochte es schon immer eher gemütlich, weißt du? Stopp by again soon! Also, die vier Stunden machen sich langsam bemerkbar, die ich geschlafen habe. Ich weiß auch nicht. Ich kann nicht mehr lesen heute. Äh, was ist das jetzt hier für ein Zeichen? Ach so, das war der Bürgermeister. Können wir denn noch was anderes... Oder könnten wir das hier direkt an der Kasse, glaube ich, machen, ne? Wir brauchten für ein großes Zimmer 10.000. Ja, das war ja... Oh Gott! Aber wir können noch mal Genehmigungen holen. Wir nehmen noch mal zwei Genehmigungen für links. Und dann nehmen wir später noch mal Genehmigungen, damit wir dann nach hinten ausbauen können. So, hier ist die Schmiede, aber sie ist immer noch nicht da. Immer wenn ich hier rumlaufe... Ach, Werkzeug reparieren? Aber die Werkzeuge gehen doch gar nicht kaputt, oder sehe ich das nur? Die gehen doch gar nicht kaputt. Kann nicht verkauft werden? Hm. Nein. Och. Mann, ich will doch nur hier rausgehen. Open Store? Was haben wir denn hier? Ach, hier können wir... Ah, ist ja auch Lehm, zufälligerweise. Nee. Aber ein Arbeitstisch. Willkommen in der wunderbaren Welt des Bastelns. Mit diesem Arbeitstisch können Sie mit der Herstellung einer großen Vielzahl von Objekten beginnen. Ich denke mal, das ist der, den wir jetzt bei uns zu Hause stehen haben. Glasscheibe, die können wir kaufen. Steinziegel, Keramik, Kupfer. Also kann das alles theoretisch im Ofen gemacht werden, nehme ich an, oder? Weil sonst würde die Schmiedin das doch nicht verkaufen. So, das ist wieder der... Da hinten läuft ein Fähnchen rum. Ach so, das ist sie. Ja, da können wir leider immer noch nichts zu sagen. Ich hoffe, ich habe dich nicht so sehr erschreckt, als ich die... Als ich auf die Klappe... Was? Ich hoffe, ich habe dich nicht so sehr erschreckt, als ich die Klappe hielt. Welche Klappe? Ich war nur noch nie Zeuge einer echten menschlichen Wiederauferstehung. Ach so, und diese ganze Sache ist eine Menge. Weißt du, wie ich das meine? Ähm... Wir sind jetzt hier gerade rückwärts gelaufen. Warum hast du dicht gemacht? Das muss ich auch bei mir erstmal setzen. Ja, eigentlich ja. Das muss ich auch bei mir erstmal setzen. Haha, du hast recht. Aus dem Nichts auftauchen ist wohl noch viel beängstigender, als jemanden aus dem Nichts auftauchen zu sehen. Du bist Archäologin? Schön wär's. Im Moment bin ich nur ein Lehrling. Ich schreibe meine Doktorarbeit über die Wiedergeburt der Menschheit und hoffe, dass ich ein vollwertiger Wissenschaftler werde. Wenn ihr also interessante Artefakte seht, die untersucht werden müssen, dann schickt sie zu mir. Sie könnten der Schlüssel sein, um eine wertvolle Gelehrte zu werden. Oder du weißt schon, der Schlüssel, um das Geheimnis zu lüften, was mit deinem Volk passiert ist. Der zweite Teil ist eindeutig viel wichtiger. Vergessen Sie, dass ich den ersten Teil zuerst gesagt habe. Ich möchte etwas über meine Vergangenheit wissen. Oh, Esche hat erwähnt, dass du vorbeikommen könntest. Du bist allerdings früher gekommen, als ich dachte. Äh, wo habe ich nur das Manuskript hingelegt? Ich war ehrlich gesagt etwas überrascht, als ich hier rum gebeten wurde. Immerhin fand meine Zeremonie in Bahari statt. Aber ich werde mein Bestes geben. Tja, in Deutschland können wir das sehr gut. Ich meine, wir wiederholen unsere Vergangenheit ungefähr alle 40 Jahre. Besonders, wenn es um Flo geht. Wir haben seine Verwendung in der palianischen Gesellschaft verboten. Und diese Ruinen sind der Grund dafür. Wenn ich nach Osten zur Bahari-Bucht fahre, finde ich eine Gedenkstätte. Ich könnte dir sagen, was du davon halten sollst. Aber ich würde lieber deine Schlussfolgerungen nach einem Besuch hören. Okay. Könnte sie noch irgendwas gebrauchen? Ach, ich möchte den Phönix-Schrein noch weiter erforschen. Aber mit den Stützen, die ich habe, komme ich nicht besonders weit. Vielleicht könnte ich die Stützen mit etwas Feuerstein erweitern. Feuerstein möchte sie. Okay, kommt sofort. Lange Spaziergange helfen mir, meine Gedanken zu sortieren. Außerdem habe ich nichts gegen ein wenig Bewegung. So, Feuerstein. Äh, ich habe eine neue Nachricht. Oder was soll das jetzt bedeuten? Keine Ahnung. Es war gerade so am Leuchten. Oh, Moment. Ich suche diese Gegend. Ja, Moment. Dann gehen wir aber erst nochmal zurück. Machen die Sache mit dem Feuerstein. Und dann, also holen den zumindest. Und dann können wir die Gegend erkunden. Und dann muss ich hier hoch. Ah, ja, diese Lauferei. Da konnte man doch, hier kann man nicht hochklettern, ne? Mann, mich wormt das immer noch, dass ich nicht weiß, welches Gebäude das war. Ich weiß nur, das sah aus wie so ein Turm. Nee, ich muss doch da runter, ne? Meine ich doch. Kann man... Moment, kann man hier hoch? Ich kann hier noch nicht mal oben bleiben. Ähm. Na, okay. Scheinbar nicht. Moment. Jetzt bin ich gerade... Jetzt bin ich gerade so abgelenkt gewesen, dass ich hier gar nicht hochgelaufen bin, ne? Ah. Da rein. So. Äh, was hatte ich gesagt? Feuerstein braucht sie. Den nehme ich dann auch mal raus. Und dann gucken wir uns gleich mal die neue Gegend an. Also neu, ne? Aber die andere Gegend an. Uh, wir haben Gold erhalten. Wir haben Gold erhalten. Aber da stand doch auch was von Post. Oder war das... Nee, ich habe Post bekommen. Ich wollte gerade sagen. Sehr gegrüßt, Gameplayerin. Jetzt brauchst du nur noch einen Ort, an dem du dein Gemüse aufbewahren kannst. Uh. Wäre eine Speisekammer nicht der Hammer? Ich habe dir eine Speisekammer aus Fichtenholz gebaut, um deine Küche aufzupeppen. Ich habe noch keine. Ich hoffe, sie gefällt dir. Ja, geil. Vielen, vielen Dank. Das ist ja cool. Äh, die stellen wir einfach mal so... Oh, naja. Gut, okay. Er hat sie zusammen gebastelt. Er hat es ja selber gesagt. Aber wir sind ihm trotzdem dankbar dafür. Ähm, achso. Ich dachte, die kann man jetzt benutzen. Kann man aber nicht. Na gut. Okay. Schade. So. Wir können aber Weizen anpflanzen. Da müssen wir mal gucken. Das war jetzt die sechs. Ach, nur einmal oder was? Hm. Das ist ja doof. Ich hätte mir vielleicht... Achso. Man soll doch treffen. Ich hätte mir vielleicht mal aufschreiben sollen. Ähm. Der speichert das... Der speichert das Wasser sowieso nicht, ne? Ich hätte mir vielleicht mal aufschreiben sollen, wie viel ich eigentlich für die einzelnen Sachen bekomme. Beim Verkaufen. Und ob sich das dann lohnt. Moment. Bei wem? Aber er hatte eigentlich gesagt, dass er... Äh. Dass er die... Moment. Ich hab den Leben... Ach, ich hab die Sachen nicht abgegeben. Oh, ich bin so doof. Nein, das ist doch nicht dein Ernst. Feuerstein. Feuerstein? Feuerstein ist das. Zack. Oh, ich bin wirklich dämlich. Wo hab ich den Stoff jetzt herbekommen? Oh mein Gott. Äh. Moment. Stoff. Leder. Jetzt muss ich mal eben schauen, wegen dem einen... Ne, das war's nicht. Äh. Wie ein Vogel. Ich brauch zweimal Stoff. Oh nein. Nein. Ja gut. Und ich muss halt Leder herstellen. Ich hab ja immer noch kein Leder. Ah, das ist so blöd. Hier kann man auch nicht gegen Hilfe fragen, ne? Äh. Ach, das ist wirklich doof, 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 doof. Dann machen wir die Sachen auf jeden Fall erstmal wieder da rein. Ich weiß immer noch nicht, was hier mit ist. Gegenstand kann nicht verkauft werden. Vielleicht möchte ihn jemand haben. Ja. Ach so. Ja doch, vielleicht sie. Ich wollte das eigentlich eben gemacht haben, ausprobiert haben. Dann hab ich's jetzt doch vergessen. Äh. Wir müssen noch einmal H drücken. Und die linke Seite hier kaufen. Zack. So. Dann Steuerung. Wobei das natürlich auch ein bisschen blöd ist, aber... Das will ich machen. Ach so, das muss ich ja wieder mit G machen. Komm, nimm dir den Zaun. Aber nur den Zaun bitte, nicht die anderen Sachen. So. Äh, wo ist denn der Zaun? Fünf? Hier kann ich den jetzt wieder daneben stellen. Die wollen mich doch wirklich veräppeln. Wo kann ich das? Da ist draußen. So, was hier? Wie viel haben wir noch? Ich hab jetzt gar nicht drauf geachtet. Äh, wir haben gar keinen mehr. Da ist nicht genug Zaunteile. Okay. Nein. Ach, Mann. So. Mein Gott, ist das heute wieder kompliziert. Äh, ich hatte aber nichts mehr, was ich hier... Ne, Moment. Ich hab doch acht Zaunteile. Was erzählt ihr mir denn hier für ein Quatsch? Was hat... Äh? Wieso hab ich jetzt plötzlich hier hinten Zaun rum? Äh. Hä? Jetzt versteh ich gar nichts mehr. Ganz ehrlich. Das ist irgendwie... Und hier oben besitze ich das Land angeblich nicht, wo ich dann anbaue. Ey, das ist doch... Ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Wieso muss ich da jetzt schon wieder eins da drunter bauen? Das sind doch keine acht. Das sind höchstens drei. Wenn man die Latten jetzt zählt. Ich verstehe es wirklich nicht. Aber gut, dann hab ich den Zaun wenigstens nicht im Inventar. Ähm. Angelschwimmer. Was ist denn das denn jetzt? Was ist das? Was ist das? Okay. Och nein, jetzt haben wir Abend und die schlafen jetzt wahrscheinlich wieder alle so wichtig kenne, oder? So, ihr müssen wir auf jeden Fall. Die wollte was. Dann der Sohn von ihr und wer war denn der an... Achso, genau, das war ja die eine, die Wissenschaftlerin, die wollte Dings haben. Ähm. Kann man da eigentlich hoch? Scheint nicht. Äh. Die wollte ja die, die, äh, Feuer... Wie heißen die jetzt? Feuersteine haben. Was ist die denn jetzt? Och, sag mir jetzt. Nicht auf der anderen Seite. Oh, Leute. Dann schickt mich doch nicht hier runter. Die läuft mir grad weg. Ne, die kommt mir entgegen. Schön, dass du vorbeigeschaut hast. Ich bin immer froh, hier ein bekanntes Gesicht zu sehen. Moment, wollte die jetzt? Die wollte lehmen, ne? Genau. Die wollte lehmen. Oh, das wird mir dabei helfen, meine Töpfe und Pfannen zu reparieren. Sehr, sehr geil. Kenly. Wo ist Kenly? Ah. Der ist auch noch nicht am Schlafen. Ist Kenly bei mir in der Nähe gerade? Ne. Dann versuchen wir den jetzt nochmal eben zu erwischen. Ach, da hinten ist er. Ach, das ist der Bürgermeister gewesen. Ah, okay, okay. Geh jetzt bloß nicht schlafen. Deine Tiere wollen noch gefüttert werden. Da hinten. Ne. Hä? Wo sind die jetzt? Da. So, es ist schön, dich zu sehen. Danke, danke. Du wolltest einen Steinziegel haben. Oh, hey. Das wird mir sehr nützlich sein, wenn ich auf der Farm etwas ausbessern muss. Danke. Gerne, gerne. Moment, er hat ein neues Ausrufezeichen drin. Oh, hey. Schön, dich zu sehen. Aber, äh, ich bin gerade etwas überfordert. Ja, ich meine, cool. Mir geht's gut. Ich bin überhaupt nicht überwältigt. Mir geht's super. Schön, das zu hören. Aber stimmt etwas nicht? Nichts. Ich muss nur die Aufgaben von drei Tagen an einen Tag erledigen. Das wird schon klappen. Obwohl ich meine, wenn du etwas Zeit zum Reden hast. Mit all den neuen Leuten, die in die Stadt gekommen sind, habe ich eine Menge Karotten für Sugarfood verteilt. Deshalb ist unser Lagerbestand gerade ziemlich niedrig. Und ausgerechnet heute kommt Rev mit einer Bestellung um die Ecke. Ich weiß nicht mehr weiter. Wenn wir diese Karotten nicht liefern können, sucht sich das Gasthaus einen anderen Standort. Vielleicht sogar in Erntwiesen? Und wenn das passiert, könnte meine Mutter weinen. Und dann würde ich anfangen zu weinen. Und dann würden wir alle weinen. Außer für Harvest Meadows wahrscheinlich. Ich kann helfen? Wirklich? Wow. Danke, Gameplayerin. Ich verspreche dir, wenn du dich um die Karotten kümmerst, verfüttere ich nicht mehr alle an Zuckerbein. Ja. Ich weiß ja noch nicht mal, wer Zuckerbein ist. Selbst wenn sie mich ganz traurig anschaut. Na, komm. Frauen wissen immer, wie sie ihren Willen durchsetzen können. Ja, ob das jetzt eine menschliche Frau ist oder eine Kuh oder so ein Vieh da im Hintergrund. Ich füttere sie stattdessen einfach mit der Hälfte. Ja. Ja. Sagen wir nichts zu. Sagen wir wirklich nichts zu. Okay. Wir haben... Wir können eigentlich das mit der Zielstrebigkeit, das könnte ich mal wegmachen. Weg machen. Dann... Habe ich die 10.000 jetzt eigentlich schon? Fällt mir gerade ein. Ne, wo ist das denn jetzt hier? Nur so als Erinnerung mal rein. Achso, da wollte ich gucken. Ne, 10.000 brauche ich nicht. 500 brauche ich, ne? Die haben wir auf jeden Fall. Und natürlich auch wieder mitten in der Nacht. Kater, Kater, Kater. Kater ist schon abgehauen und schon am Schlafen. Und ich befürchte, das macht der Bürgermeister jetzt auch gleich. Ah, Leute. Wir haben doch gerade mal kurz vor Mitternacht. Warum geht ihr schon ins Bett? Eieieiei. Nein, der schläft. Ich hab's gewusst. Dieser faule Hund. Es ist doch noch nicht mal Mitternacht. Warum geht ihr denn alle ins Bett? Alles Gute zum Einzug, zurückzukennen. Das wäre jetzt das, was ich eigentlich machen wollte. Dann... Hallo? War das ein Überfall? Hat jemand geschossen? Hallo? Ähm... Sie ist wahrscheinlich jetzt auch im Sch... Ne, sie ist links von mir. Vielleicht kann ich sie noch erwischen. Ich hoffe, dass sie vielleicht den Stein haben möchte. Stopp, bleib stehen. Schön, dass du vorbeigekommen bist. Ich habe mich schon gefragt, wie es dir geht. So, hoffen wir mal... Äh? Ach ja! Stimmt, sie braucht ja auch noch den Feuerstein. Den habe ich noch gar nicht abgegeben. Deswegen ist da auch dieses Zeichen, glaube ich, da drüber, ne? Das hätte ich auch viel früher. Mitbekommen können. Erst mal das. Oh, damit kann ich Stützen für die Ausgrabungsstätte bauen. Danke! Nein! Ja, ist mir doch egal, ob ich schon was gegeben habe. Ich wollte dir den Stein geben. Hi! Schön, dich zu sehen. Ja, mehr kann ich nie machen. Och, Mann! Ich will doch nur diesen Stein loswerden. Na gut. Da die jetzt alle nichts von mir wollen, würde ich sagen, ich mache jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Und dann schaue ich mal, ob ich hier im Nebendorf mal was erkunden kann. Vielleicht kann ich das auch nur, wenn die Leute wieder wach sind. Das weiß ich nicht. Dann werde ich schauen, dass ich mal ein bisschen angel. Aber das werden wir dann alles in der nächsten Folge machen. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.